Yo Leute, zurück bei Call of Juarez und wir gehen natürlich in die nächste Mission. Mission vor allem, Episode. Curly Bill Brocious, Johnny Ringo, led by old man Clane himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Ja, eine Kugel für den Alten. Gucken wir doch mal. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was kommt. Und ich hoffe mal, dass sich das so, wie es bis jetzt ist, hält in dem Spiel. Meiner Meinung nach ist das nämlich recht gut. Also ist bis jetzt ein sehr solider Shooter, muss man sagen. Und das Erzählen ist auch recht lustig. Ich weiß, ich labere eigentlich die ganze Zeit dann auch darüber. Aber da wird halt ununterbrochen geredet, weil halt das ganze Spiel so erzählt wird. Und entweder ich müsste die ganze Zeit meinen Mund halten, dann müsste ich es nicht let's playen. Oder ich rede halt immer so abgehackten Stücken und das ist ja auch total behindert. Deswegen rede ich einfach so weiter, wenn ich was zu sagen habe, so. Die können wir ja jetzt eigentlich von hinten leise abballern. Okay, der ist tot. Okay, doch nicht leise. Hier war da noch einer ums Eck, oder? Jawohl. Da haben wir aber jetzt auch gut abgeräumt. Pies Muni. Ah, okay, oder auch nicht. Es war dann, dass ich fragte, ob die Röcke mehr Bandits in Heiden-Moor-Bandits hielten. War das alle von ihnen? Oder habe ich nur den Rückgang geholfen? Ich habe schnell meine Antwort. Oh. Jawohl. Aber warum sind da jetzt Indianer? Okay, das sind Scheißwaffen. Scheiße. Ganz schön viele. Hä? Ja, genau. Oh Gott, wahrscheinlich. Bam. Alle mit einem Kopfschuss getötet. Jawohl. Das gibt immer schön Punkte. Das ist eine Shotgun, die brauchen wir ja jetzt nicht. Oh, da sind wieder neue. Scheiße daneben. Ich dachte, ich halte die Kette aufrecht. Kommen hier hinter mir welche? Jetzt gerade nicht. Oh, oh, oh. Oh. Das ist gerade ein bisschen scheiße. Neues Level, jawohl. So ist das, wenn man die ganze Zeit auf die Köpfe schießt. Da steigt man aber auch auf. Unglaublich. Scheiße. Scheiße. Von wo? Wie soll ich dagegen die alle ankommen? Jo, ich habe gar keine Muni mehr gehabt. Scheiße. Was soll ich denn da machen? Drei Schuss habe ich noch im Magazin. Und ich verschwende die Scheiße so. Ah, fuck. Scheiße. Und ich halte auch noch so voll den Kopf hin. Kacke. Fängt ja super an. Dann versuche ich jetzt erstmal hier die auszuschalten. Okay, ausgewichen. Das hat es jetzt aber mal so gar nicht gebracht. Okay, ab geht's, ab geht's. Scheiße, weg hier. Okay, weg, Mann. Shit. Die verfolgen mich ganz schön. Oh, shit. Einfach weg, einfach weg. Als ich in diesen Kavien schraubte, dachte ich, was ich dachte, zu einer Gang wie dieser. Ich glaube, wir sind relativ gut weg. Nee, doch noch nicht. Scheiße. Weiter, weiter, weiter. What the fuck? Und where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Like Mana from heaven. I found the dissecated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much needed ammunition. Okay. Wie praktisch. Bad Masterson once told me, it was more important to be lucky than good. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal wieder Muni. So, wir können auch wieder das Gewehr nehmen. Oh, was liegt denn hier? Dynamit. Nice. Weck mit euch. Jo, das ist ja weit geflogen. Aber es sieht gut aus. Kannst du nix sagen. Wow. Ich dachte, die rennen alle weg. Jesus, we get it. They were right where you wanted them. Okay, okay. I was done running. And the old man's force was not expecting that. Aber wir können uns noch verbessern. Ich würde mal sagen, sagen wir jetzt hier noch, Munitionskapazität, schnelles Zielen. Wähle deine Ziele schneller aus. Hm. Das ist nicht schlecht. Ja, komm. Ab geht er. Oh, da ist noch einer. Ey. Okay. Yo, Junge, ist okay. Ich kann euch auch einfach in die Luft sprengen. Passt mal auf. Jawohl. Das hat es ja wohl jetzt doch schon gebracht. Warum trifft denn das nicht? Scheiße, Mann. Irgendwo hier liegt was. Ein extra. Ah, da oben. Wie komme ich denn da dran? Reif ich das, wenn ich das abschieße? Nein. Hä, wie soll ich denn da dran kommen? Ich kann da ja auch nicht hoch hüpfen. Hm. Gibt's hier irgendwie einen Weg? Nee. Hä, wie soll ich denn da dran kommen? Bestimmt von der anderen Seite aus, ne? Ah, scheiße. Ich dachte, vielleicht könnte man es so schaffen. Egal, komm, scheiße auf das extra. Egal, komm, scheiße auf das extra. Level geschafft, oder? Nee, doch nicht. Launisch. Streitsüchtig. Uns gemein, old man, old man, clanton. Dich mach ich fertig. Deiner möchte gern Minigun da. Clanton, I'm coming for you. Renn, 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 renn. Wenn wir nicht hier aufpassen, dann kriegen wir so auf den Sack, denke ich mal. Also, ich meine, so eine Minigun war damals schon schlimm. Schlimm, scheiße. Okay, ich hatte recht. Fuck. Steinschön. Renn, renn, renn. Renn. Oh, shit. That's so mad, ja, Alter. Renn. Ui, 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 jetzt wird's aber knapp hier. Darüber kann ich nicht rennen, das packe ich nicht. Oh, der ist da hinten. Huh, das ist knapp hier. Bleib doch bitte weg. Renn. Boah, gerade so geschafft. Renn. Old Man Clanton. Bitte. Dynamit auch noch am Start. Wahrscheinlich. Okay. Okay. Na? Hä? Nein. Scheiße. Hoffentlich müssen wir da jetzt nicht nochmal rauf. Nein, müssen wir nicht. Ich glaube, das ist wieder ein Fall für Dynamit. Das ist wieder ein Fall für Dynamit. Shit, ich könnte jetzt auch diese Fähigkeit einsetzen. Jawohl. Erledigt. Those little boys made it out of their alive and told Ike and Billy Clanton, that it wasn't a Mexican, who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the old Kay Corral. Jawohl. Level abgeschlossen. Nice. Dann würde ich mal behaupten, ich melde mich einfach gleich zurück, wenn das Level oder das nächste Level anfängt. Bis dahin und haut rein.